Yo Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal und heute zeige ich dir wie du die Damage Indicator Mod installieren kannst für Minecraft 1.14.4. Die Mod kennst du vielleicht und zwar zeigst du dir hier die Lebensanzahl von den verschiedenen Mobs an Minecraft. Zuerst einmal startest du dein Minecraft mit der Version 1.14.4, dass das ganze einfach funktioniert. Einfach mit 1.14.4 starten. Okay, wie du siehst, Minecraft funktioniert mit 1.14.4, du kannst es nun wieder schließen und du klickst den ersten Link in der Videobeschreibung an. Dort kommst du zu dieser Seite hier und hier klickst du einfach auf Download Installer Windows .exe. Dort klickst du einfach drauf und läst es dir dann einfach herunter. Du kannst entweder hier mit einem Doppelklick draufklicken oder du klickst einfach diesen kleinen Pfeil und dann auf in Ordner anzeigen. Und hier kannst du das ganze einfach mit einem Doppelklick anklicken. Sollte bei dir so eine Meldung kommen, dass dieses Programm Änderungen an deinem PC vornehmen will, dann klickst du einfach auf Ja und dann hast du hier diesen Fabric Installer auch. Du klickst dann einfach auf Install. Wenn du hier 1.14 ausgewählt hast, 1.14.4, klickst du einfach auf Install und das ganze ist installiert. Du kannst das ganze schließen und wieder lösen. Und jetzt klickst du einfach auf den zweiten Link in der Videobeschreibung und kommst dann zu dieser Seite. Und hier scrollst du einfach ganz runter und dann steht dort für Minecraft 1.14.4 und du klickst einfach hier auf Download from Server 1. Auf dieser Seite ist ganz wichtig, dass du nur hier in der Mitte auf Download klickst und auf sonst nichts. Du speicherst das ganze wieder ab und kannst diese Seite hier wieder schließen. Du kannst jetzt wieder auf diesen kleinen Pfeil hier klicken und dann auf in Ordner anzeigen. Und hier hast du die Damage Indicator Mod. Du klickst einfach mit einem Rechtsklick drauf und klickst dann auf Ausschneiden und drückst die Windows-Taste und R. Das ganze Fenster hier kannst du schließen. Wenn du die Windows-Taste und R drückst, dann schreibst du hier in dieses kleine Fenster unten links %Update der Prozent. Prozent kannst du schreiben, indem du Shift und 5 drückst. Und dann schreibst du %Update der Prozent. Du klickst auf OK oder einfach Enter und klickst hier auf deinen Punkt Minecraft Ordner und dann auf deinen Mods Ordner. Sollte es diesen Mods Ordner bei dir hier nicht geben, so wie jetzt, dann klickst du einfach einen Rechtsklick, klickst auf Neu und klickst dann auf Ordner und nennst diesen einfach Mods, also M-O-D-S und alles klein, klickst dann einfach auf Enter und fügst in diesen Ordner mit einem Rechtsklick und dann Einfügen die Damage Indicator Mod ein. Und jetzt brauchst du noch die Fabric API, du klickst einfach auf den dritten Link in der Videobeschreibung und klickst dann hier bei 1.14.4, hier unten vielleicht auch in der Liste, einfach auf Herunterladen. Und dann wirst du weitergeleitet, du brauchst hier nichts machen, der Download beginnt. Du klickst einfach wieder auf Speichern und sobald es heruntergeladen ist, klickst du auf diesen kleinen Pfeil und dann auf Inordner anzeigen. Du kannst deinen Browser nun wieder schließen und hier kriegst du einfach wieder einen Rechtsklick und dann auf Ausschneiden kannst du den Ordner wieder schließen und navigierst wieder zu deinem Minecraft Ordner. Und zwar in den Mods Ordner und fügst da rein auch noch die Fabric API. Jetzt kannst du das Ganze wieder schließen und jetzt kannst du dein Minecraft Launcher starten. Und hier unten siehst du den Fabric Loader für die Version 1.14.4 und klickst auf Spiel. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier diese Kuh anschaust, dann siehst du, die hat noch 9 von 10 Leben und wenn ich die jetzt einmal anhaue und du siehst auch den Schaden, der von dir ausgeteilt wird. Also diese Mod ist wirklich ziemlich praktisch. Wenn du noch ein Problem hast, dann schreib das in die Kommentare. Und wenn du zum Beispiel eine Mod hast oder ein Texture Pack, wo du nicht weißt, wie du das Ganze installierst, dann schreib das auch einfach in die Kommentare. Ansonsten sage ich, hau da rein, lern immer was, schon in der Umwelt. Ciao! 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 Ciao!